Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute haben wir Ihnen einen Tipp, wenn man abwechslungsreiche Festmänner machen kann, ohne lange in der Küche zu stehen. Probieren Sie diese feinen Quick-Fly-Spezialitäten. Sie sind fix fertig im eigenen Saft gekocht und es gibt eine grosse Auswahl. Geräucherte Schweinshals, Nussschinkli, geräucherte Rindszungen. Ganz besonders beliebt sind die geräucherten Rollschinkli oder Schäufli zu günstigen Go-Preisen, wie alle Quick-Spezialitäten. Der Metzgemeister Kim zeigt uns jetzt, wie ein Quick-Schäufli gemacht wird. Nämlich von Metzgen wie er, die ihr Handwerk verstönt. Herr Kim, für Quick-Spezialitäten wird nur erstklassiges Fleisch ausgesucht. Wir sehen, wie aus unserer Schwindschulter eine Schäufli rausgeschnitten wird. Dann werden die Quick-Schäufli mild gesalzen und dezent gewürzt. Die Gewürzmischung wurde besonders für Quick-Spezialitäten ausgewählt. Und dann lassen wir es eine Zeit lang aufs Fleisch einwirken. Nachher wird es zum Räuchen vorbereitet. Und schliesslich ins Chemik hängt. Die Qualität des Rauches ist sehr wichtig. Darum verwenden wir nur besonders ausgewählte Harthälzer. Nach dem Räuchen haben wir dann die schönen, goldbraunen Quick-Schäufli mit einem typischen, feinen Raucharoma. Nachher wird der Quick-Schäufli nur im eigenen Saft gekocht. Dankeschön, Herr Kim. Die Quick-Spezialitäten von GOP bleiben in diesem Alufrischhaltebeutel sehr lang haltbar. Frische können Sie selber am Verkaufsdatum kontrollieren. Und jedes Quick-Produkt hat erst noch eine Qualitätsgarantie. Das Anrichten von diesen Quick-Spezialitäten ist denkbar einfach. Der Herr Kim zeigt uns, wie. Nach 5,25 Stunden im heissen Wasser haben wir das Quick-Schäufli aus der Packung genommen. Und schneiden sie jetzt in schöne, saftige Trangen. Das geht leicht, denn Quick-Schäufli sind ohne Beine. Man kann diese Quick-Schäufli auch kalt essen. Oder im Teig, frisch aus dem Backofen. Und denken Sie daran, die Quick-Fleisch-Spezialitäten sind zu diesen günstigen Preisen eine exklusive GOP-Leistung. Und jetzt bitte gut aufpassen, wir kommen zum Aktionsspot. Die erste wichtige Mitteilung für unsere Kaffee-Liebhaber. Der Bohnenkaffee Jubilor ist jetzt in der 250-Gramm-Packung 50 Grappen günstiger. Und bei der 500-Gramm-Packung sparen Sie sogar 90 Grappen. Und ebenfalls bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop 170 Gramm Zweifelbombschips Natur für nur einen Franken 95. 125 Gramm Bär-Gammenbär à la crème für nur einen Franken 45. Und alle Gala-Frische-Eierteigware in den 500-Gramm-Packungen sind jetzt 40 Grappen günstiger. Tick am Wochenende sind das mal Champignons de Paris geschnitten. Zwei Dosen an 365 Gramm für nur 4 Franken 20. Und für nur 95 Grappen kommen Sie bei Coop zwei Dosen geschälte Miditomaten rüber. Wegen dem 5000-Franken-Wettbewerb. Sie wissen ja, einfach drei Produkte, die Sie im Aktionsspot gesehen haben, auf eine Postkarte schreiben und schicken Sie die als Coop-Mittwochstudio Postfach 4099 Basel. Einsendenschluss ist der 19. Dezember. Auf Wiedersehen miteinander. Bis zum nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Bis zum nächsten Mal.